Hallo und herzlich willkommen im Podcast Unperfekte, perfekte Ernährung. Ich bin Janina Lemme, ich bin Personal Trainerin und Coach bezüglich Essverhalten und ich wollte euch heute mal wieder mitnehmen in all das, was bei mir in letzter Zeit so passiert ist und zwar zum einen in Bezug auf mein eigenes Essverhalten. Ich hatte ja jetzt im Sommer, naja, wie so eine Art Durchbruch, sage ich mal und da einfach auch so das Update, wie sich das bei mir gehalten hat, wie sich das entwickelt hat und was in letzter Zeit einfach so alles passiert ist, weil es ist ja jetzt eine ganze Weile her, dass ich vor dem Mikrofon saß. Ich wusste auch zwischenzeitlich nicht, ob ich mich nochmal vors Mikrofon setzen werde, aber ganz offensichtlich tue ich das jetzt doch und ich weiß noch nicht so genau, wo die Reise hinführt, aber auch darüber werde ich dann heute noch so ein wenig berichten. Ja, mittlerweile in der Zwischenzeit ist der Podcast sogar ein Jahr alt geworden, das hat mich auch sehr gefreut und ich glaube, ich setze erst mal da an, wo ich bei der letzten Folge aufgehört habe. Ich habe in der letzten Folge ja erzählt, dass wir aus unserer Wohnung geworfen wurden, also dass der Vermieter Eigenbedarf angemeldet hat und dass wir nur noch drei Monate hatten, jetzt in Berlin hier eine neue Wohnung zu finden und habe da so ein bisschen erklärt, wie ich damals mit der Situation umgegangen bin, dass es eigentlich so eine typische Situation für so den nächsten Frust-Fress-Flash gewesen wäre und dass das in dem Moment tatsächlich nicht passiert ist. Und ja, jetzt möchte ich euch so ein bisschen erzählen oder mitnehmen, wie das Ganze geendet ist. Wir hatten ja dann tatsächlich diese drei Monate und drei Monate heißt in dem Moment, dass wir am Ende der drei Monate die alte Wohnung renoviert übergeben haben mussten. Das heißt, für die eigentliche Suche der neuen Wohnung ist eigentlich nur, wenn überhaupt, ein bisschen mehr als zwei Monate das Ganze möglich, weil man bezieht so eine Wohnung ja dann auch meistens irgendwie zum ersten eines Monats oder es gibt da häufig bestimmte Daten oder auch eben zum 15., aber da hängen noch so viele Dinge hinten dran, die man innerhalb dieser Frist noch beachten muss, dass wir im Endeffekt nur ein bisschen über zwei Monate Zeit hatten tatsächlich zum Suchen. Und während der Suche, am Anfang die erste Woche, die war, glaube ich, erstmal so mit die schrecklichste, weil ich da, weiß ich nicht, es hat sich gezogen wie Gummi und wir haben die ganzen Anzeigen durchforstet und es war irgendwie, es war irgendwie nicht so wirklich ein Hoffnungsschimmer da, dass wir was ähnlich Schönes finden wie das, wo wir dann vorher drin gewohnt haben. Und das hat uns erstmal so ein Dämpfer versetzt, weil wir so dachten, okay, jetzt, wir müssen definitiv Abstriche machen. Wir haben uns sowieso schon darauf eingestellt, dass wir drei bis vierhundert Euro auf jeden Fall mehr an Miete zahlen müssen und dachten dann aber wenigstens was Vergleichbares zu finden, wie das, was wir dann zu dem Zeitpunkt hatten. Und irgendwie wurde uns diese Illusion so innerhalb der ersten Wochen so ein bisschen genommen, weil der Wohnungsmarkt echt hart ist und da tatsächlich in der Innenstadt was zu finden, was auch noch irgendwie sehr ruhig ist, was am besten noch mit Bäumen und mit der Spree eben Karten ist und solche Sachen für einen wirklich bezahlbaren Preis und am besten noch renoviert, ja, war eigentlich nicht möglich. Ende vom Lied ist, ich kürze das Ganze jetzt ein bisschen ab, wir haben viel gesucht, wir haben uns, weiß ich nicht, ich glaube, ich habe über 200 Leute, also Vermieter oder Makler oder so, angeschrieben. Von denen kam natürlich nicht von jedem irgendwie auch eine Antwort zurück und wir haben uns dann viele Wohnungen auch angeguckt. Wir haben bestimmt 40, 50 Besichtigungen gehabt und am Ende haben wir jetzt tatsächlich eine Wohnung gefunden, die einfach wunderschön ist, wo wir uns super wohl fühlen, also wirklich in einem tollen Stadtteil und da sind wir einfach super, super froh. Und in der Zwischenzeit war aber eine Phase lang, wo wir eine Traumwohnung quasi, das war so die Wohnung, die wir uns ausgesucht hatten irgendwie, also die total in unser Schema passte, da hatten wir eine mündliche Zusage. Und diese mündliche Zusage wurde immer weiter aufgeschoben, also dass wir tatsächlich zu einem Vertrag kommen und es hat dann irgendwie vier bis fünf Wochen gedauert, bis wir dann doch eine Absage bekommen haben und das hat uns so richtig zerschmettert in dem Moment. Es hat uns zum einen voll viel Zeit gekostet, weil wir nach anderen Wohnungen nur noch halbherzig gesucht haben, weil es einfach keine schöneren Wohnungen gab als die, die wir damals in Aussicht hatten für uns. Und das war irgendwie so ein herber Rückschlag. Naja, Ende vom Lied ist, wir sind jetzt umgezogen, uns geht es jetzt an sich super, aber diese Phase hat in mir in dem Moment sehr viel Angst hervorgebracht und das ist mir in dem Moment nicht wirklich bewusst gewesen. Also es war so ein permanenter Begleiter. Wir haben uns auch in der eigenen Wohnung nicht mehr wirklich wohl gefühlt. Da waren dann auch schon Architekten, die die alte Wohnung in dem Moment, wo wir darin gewohnt haben, schon ausgemessen haben, schon Kostenvoranschläge. Ständig waren irgendwelche Leute in der Wohnung, die nur da waren für den Moment, wenn wir endlich weg sind. Und man ist da eben, man ist nach Hause gekommen und man hat sich nicht mehr so wirklich wohl oder willkommen gefühlt. Es war schon irgendwie gefühlt nicht mehr unsere Wohnung. Wir hatten ja auch eigentlich mental schon Abschied genommen, mehr oder weniger. Ja, und während dieser ganzen Suchphase war es mir tatsächlich nicht machbar, irgendwelche kreativen Prozesse am Laufen zu halten oder ins Laufen zu bringen. Also es war mir nicht machbar, eine Podcast-Folge aufzunehmen. Ich habe zwischendrin auch noch Angebote bekommen, gut bezahlte Podcast-Folgen für andere zu machen, für große Unternehmen. Und ich habe das alles, ich habe es erst zugesagt, aber ich konnte es nicht. Ich konnte es einfach nicht umsetzen. Meine Kreativität war einfach so völlig blockiert. So mein Tagesgeschäft, Personal Training und Coaching mit 1 zu 1 Kunden. Das lief alles weiter, das war auch super, das war so eine Konstante, sage ich mal. Aber der Rest, das, was nicht zwingend notwendig war für den Moment, sage ich jetzt mal, das ist alles hinten runtergefallen, weil mein Kopf so bestimmt war von dieser Angst im Endeffekt, irgendwie vielleicht doch keine Wohnung zu finden, obwohl ich mir die ganze Zeit, ich bin mit allen möglichen Coaching-Übungen daran, ich habe mir den schlimmsten Fall ausgemalt, der auch wirklich einfach kein allzu schlimmer Fall war. Also der schlimmste Fall wäre im Endeffekt, dass wir bei Freunden meines Freundes für mehrere Monate unsere Möbel noch hätten unterstellen können und hätten da wohnen können. Das wäre zwar alles sehr umständlich noch gewesen und natürlich mit zusätzlichen Kosten und so verbunden, aber die waren in dem Moment nicht da, das heißt, wir hätten definitiv quasi so einen Aufschub in gewisser Weise erwirken können und dann ist es ja im Endeffekt nur eine Frage der Zeit, bis man irgendwann irgendwo eine Wohnung findet und selbst wenn die außerhalb gelesen, also am Rande von Berlin gewesen wäre, das hätte uns ja auch nicht irgendwie die Existenz gekostet. Das wäre zwar alles irgendwie ein bisschen unangenehmer gewesen für uns, aber das sind ja Dinge, mit denen man definitiv zurechtkommt. Aber trotzdem war das, also es war eine wirklich, wirklich schwierige Situation, weil uns das so auf die Substanz ging, das hat uns so auf den Zahn gefühlt, das hätte ich wirklich am Anfang nicht gedacht, dass uns das so ausnockt. In der Zeit bin ich auch in alle möglichen Muster zurückgefallen, in so Kompensationsmuster, außer tatsächlich beim Essen. Das hat mich sehr, sehr verwundert. Also ich habe ja das Problem mit meiner Haut schon mal angesprochen, dass ich da auch die immer wieder aufkratze, vor allem in stressigen Situationen, da wird meine Haut sowieso schon unreiner. Dann habe ich ständig die Finger im Gesicht und kratze da irgendwie diese Unreinheiten auf und das macht das Ganze natürlich nur noch schlimmer. Und das war auch ganz extrem der Fall. Also da, ich konnte, ich hatte keine Impulskontrolle quasi mehr über mich, weil da ständig in mir drin sowas am Brodeln war. Und das war ein Weg irgendwie, wie mein Körper in dem Moment damit umgegangen ist. Dann habe ich ganz viel so Serien und sowas geguckt. Das war ich, also vorher war das wirklich einfach nicht so der Fall. Fernseh ist sowieso generell das normale Fernsehprogramm, das läuft bei uns einfach überhaupt nicht. Wenn, dann schauen wir tatsächlich abends mal irgendwie so Serien. Aber da war es der Fall, dass ich einfach das Gefühl hatte, mich so zwingend ablenken zu müssen von diesen Gedanken, die da immer wieder hochkamen, dass ich den ganzen Tag gefühlt irgendwelche Serien geguckt habe, nur um irgendwie dieses Gefühl zu betäuben. Und diese Serien mussten dann aber auch irgendwie mit starken Problemen zu tun haben. Also es konnte jetzt nichts Lustiges sein, weil das hat mich nicht abgelenkt, sondern es mussten irgendwelche fesselnden, spannenden, emotional auffühlenden Serien sein, damit die quasi dieses andere Gefühl überdeckt haben. Und natürlich haben die dann auch, also diese Serien, bei mir wieder sehr viele Ängste ausgelöst, weil mein Unterbewusstsein nimmt das ja alles auf. Das wird ja alles von mir verarbeitet. Das geht alles in mein System rein. Und das beeinflusst mich. Und das hat mich noch mehr so in mein Schneckenhaus zurückgeworfen, sage ich mal. Und es gab zwischendrin immer mal wieder Phasen. Da habe ich es geschafft, tatsächlich mich meinen eigenen Gefühlen zu stellen. Also das, was mir in früheren Zeiten tatsächlich schon sehr geholfen hat, hat mir hier partiell auch immer mal wieder geholfen. Das heißt, ich habe mich hingesetzt und habe mich auf das konzentriert, was eigentlich gerade in mir ist. Und zwar nicht die Gedankenspirale, die ich mir die ganze Zeit erzähle, sondern das, was ich körperlich dazu fühle. Und habe dieses Gefühl da sein lassen und habe ihm Raum gegeben. Und immer wenn ich das tatsächlich gemacht habe, dann ging es mir besser. Also es ging mir wirklich, wirklich besser damit. Aber in diesem Gefahrenmodus und in diesem Suchtmodus war es mir einfach häufig nicht möglich, das so zu machen. Weil mein Kopf immer einfach gesagt hat, nee, verdrängen bitte, weg damit. Und ich bin dann häufiger ins Suchten von irgendwelchen Serien abgetrifftet, als dass ich mich dem Ganzen gestellt habe. Und normalerweise sind sowas auch die perfekten Situationen wieder für das, was ich früher hatte. Nämlich einfach auch durch Essen mir gute Gefühle zu machen und das Ganze zu kompensieren. Und das war dieses Programm, nenne ich es jetzt mal. Das war irgendwie einfach nicht mehr da. Also ich traue dem Ganzen immer noch nicht vollständig. Ich esse natürlich immer noch gerne. Es ist nicht so, als würde mir das Essen nicht schmecken. Und ich bin mal gespannt, wie das dauerhaft so sein wird. Aber in der Phase war es so, dass Essen für mich rein zweckmäßig war. Also ich konnte dann auch nicht mehr wirklich Genuss empfinden. Ich konnte mich nicht hinsetzen und mich irgendwie fallen lassen und Essen genießen. Also das war ja früher bei jetzt, ich sage mal, Fressanfällen war das auch nicht der Fall, dass ich da irgendwie Essen genossen habe oder so. Aber wenn ich entspannt bin, dann genieße ich gerne mein Essen. Und in der Phase war das Essen jetzt rein zweckmäßig. Das heißt, ich habe auch enorm viel bestellt, einfach weil es schnell ging, weil es fertig war, weil ich ansonsten wahrscheinlich gar nichts gegessen hätte, weil Essen für mich in dem Moment so unrelevant war, dass es hinten runtergefallen ist. Das ist natürlich auch kein gesundes oder gutes Essverhalten in dem Moment. Das ist mir schon bewusst. Aber ich habe keine irgendwie Süßigkeiten-Flashs oder sowas bekommen. Und diese Signale von Hunger und Sättigung, die waren auch immer da. Und ich konnte immer gut drauf hören, in dem Sinne, dass mein Körper das alleine geregelt hat. Also ich musste nicht den Verstand einschalten und musste jetzt irgendwie in mich reinspüren und fühlen, ah, ich habe jetzt Hunger oder ich bin jetzt satt und müsste gleich mal die Gabel weglegen. Sondern mein Körper hat es verstanden und hat mir diese Signale gegeben. Ansonsten wäre das auch in der Zeit irgendwie völlig ausgeufert. Natürlich war das, was ich gegessen habe in dem Moment, wie gesagt, rein zweckmäßig. Aber Hunger und Sättigung, diese Regulation, die war einfach verankert. Das hat wieder super funktioniert. Und das war ja früher einfach erstmal nicht mehr so. Und das fand ich im Nachhinein betrachtet sehr, sehr erstaunlich und richtig, richtig cool, dass das funktioniert mittlerweile. Und jetzt nach der Phase, also wir sind ja jetzt umgezogen und wir fühlen uns super wohl in der neuen Wohnung. Jetzt wäre eigentlich so die Phase, wo sich alles wieder komplett normalisieren kann, wo das Leben wieder perfekt nach vorne gehen kann. Was ja auch in gewisser Weise der Fall ist. Aber ich komme gleich noch genauer drauf, warum das vielleicht noch nicht so ganz wie erwartet lief. Und beim Essen ist es mittlerweile so, dass ich mittlerweile sehr viel mehr Signal von meinem Körper bekomme. So jetzt vielleicht hin und wieder mal was Gesünderes. Das ist ganz gut, dass er mir diese Signale momentan auch gibt, weil ich bin zwischenzeitlich schon sehr so im Junkfood versunken, sage ich mal. Und das ist dauerhaft schlichtweg nicht gut für mich. Und das habe ich auch gemerkt, das hat neben meiner mental gedrückten Stimmung natürlich auch auf meinen Körper gedrückt. Und das zieht einen dann nicht mehr aus dem Loch hoch, sondern schießt einen noch weiter runter. Und genau, mittlerweile kommen da aber so diese Signale so hin und wieder mal ein bisschen was Gesünderes. Und ich habe auch diese, ich nenne es mal Regeln in Anführungsstrichen, dass ich mir keine Regeln setze. Ein wenig überdacht und werde demnächst wahrscheinlich die Regel einführen, dass ich einfach am Tag mehr Gemüse hinzufüge. Also dass das quasi meine einzige Regel ist, dass es sonst keine Essensregel gibt, weil ich gemerkt habe, ohne diese Regeln war ich persönlich sehr, sehr, sehr gut. Dann gibt es immer mal wieder auch irgendwie eine Kleinigkeit an Schokolade oder sonst irgendwas. Also so, wie es gerade da ist. Und ich mache mir wegen nichts irgendwie in den Kopf, ob das jetzt gut oder schlecht ist oder sonst irgendwas. Und ich merke so, dass es mir damit sehr, sehr gut ist. Es ist sehr entspannt und ich komme in keine Extreme rein. Und demnächst möchte ich aber ganz gerne tatsächlich mal wieder, dass das Gemüse ein wenig überhand nimmt, aber werde mich ansonsten nicht irgendwie weiter regulieren. Ja, und dann kam auf jeden Fall diese Phase, wo wir umgezogen waren. Und ich habe mich lange gefragt, warum es mir dann nicht einfach gut ging. Also all das, wo ich irgendwie vorher drum gekämpft habe oder was wir dann gemacht hatten. Wir hatten die Wohnung gefunden, wir sind umgezogen, Problem erledigt. Und trotzdem war es jetzt nicht so, als hätte ich plötzlich im Jubel da gestanden und hätte mich meines Lebens erfreut, sondern ich war irgendwie gefühlt in so einem kleinen Loch gefangen. Also es war irgendwie, ich musste erst mal wieder Energie tanken und ich konnte immer noch nicht zum Beispiel einen Podcast aufnehmen, weil es mir irgendwie immer noch verwehrt war. Zum einen wusste ich nicht genau, was ich genau sagen sollte, wobei das auch im Endeffekt für mich nur ein Vorwand war, weil ich habe auch noch etliche Interviewpartner, mit denen schon Termine ausgemacht waren und so weiter. Also die könnte ich alle theoretisch mit reinnehmen, das wäre überhaupt gar kein Problem. Aber dieses Thema, das Thema des Essverhaltens konnte ich in dem Moment irgendwie nicht ehrlicherweise thematisieren. Und ich habe erst im Nachhinein dann rausgefunden, warum das eigentlich so war. Und zwar glaube ich, dass das Thema Essverhalten oder beziehungsweise dieses übermäßige Essen über den Hunger hinaus, dass es für mich seit dem Sommer, seit ich diese Bücher so intensiv durchgearbeitet habe, das habe ich in der Folge nochmal besprochen, wo ich im Urlaub war. Wie war denn die Überschrift? Ich glaube irgendwas mit, welche Fehler ich in den letzten oder in den vorigen Podcast-Folgen gemacht habe. Falls ihr die noch nicht gehört habt, da auf jeden Fall gerne mal reinhören. Und seitdem ich das gemacht habe, ist es einfach tatsächlich bei mir kein Thema mehr. Also Essen ist einfach, es hat nicht mehr diesen großen Bestandteil in meinem Leben. Es gehört so im Leben dazu, aber es bestimmt nicht mehr mein Leben. Es ist so unrelevant geworden. Was mich an sich total freut, weil genau das war ja mein Ziel, dass ich einfach nicht mehr verbissen irgendwie über dieses Thema nachdenken muss oder was auch immer. Und ich glaube, das war so ein Teil. Zum einen habe ich mich in der Zeit ja tatsächlich, also jetzt während und nach dem Umzug, einfach nicht irgendwie besonders toll oder so ernährt. Also ich habe, oder beziehungsweise ich habe aktiv nichts dafür getan. Mein Körper hat auf Hunger und Sättigung gehört und ich habe ihm bei Hunger was zu essen gegeben und wenn er sagt war, habe ich aufgehört zu essen. So das war das, was ich gemacht habe in Bezug auf mein Essverhalten. Aber es gab dazu jetzt in dem Moment keinen besonderen Trick oder irgendeinen Tipp oder was auch immer, was ich dazu hätte geben können, weil es in dem Moment einfach bei mir verankert war und es gab darüber irgendwie nichts zu erzählen. Das war ein großer Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich traue mich gerade irgendwie nicht eine Podcast-Folge zu machen. Was soll ich den Menschen denn erzählen? Was zur Hölle? Also ich hoffe, du weißt, was ich meine oder was ich sagen möchte. Und ich habe dann einige Wochen nach dem Umzug zwei Gespräche geführt mit sehr guten Freunden von mir, die auch beide als Coach arbeiten und das war sehr, sehr hilfreich und hat mir im Endeffekt, hat es mir dann aufgezeigt, dass dieses Thema, was ich für mich gelöst habe, dass sich da jetzt einfach meine Rolle verändert hat. Das heißt, ich bin jetzt nicht mehr in dieser Thematik drin, dass ich als Betroffene in dem Moment darüber sprechen kann, weil aktuell zu diesem Zeitpunkt bin ich gefühlt keine Betroffene mehr. Ich habe dieses Problem momentan nicht mehr, dass ich über den Hunger hinaus enorm viel esse oder dass ich nicht auf Hunger und Sättigung hören kann. Und deswegen war es so schwierig für mich irgendwie, das unter einen Hut zu bringen. Und dann habe ich das noch ein paar Tage sacken lassen und habe mir überlegt, was und wie ich das Ganze jetzt machen möchte. Und aus meinen Coachings, die ich momentan so mache, merke ich eben auch, dass die Lösung, die für mich geholfen hat, dieses In-sich-Reinspülen, die innere Kind-Heilung, all das, das war für mich in dem Moment gemacht. Das hätte auch nicht funktioniert, wenn ich mich nicht schon jahrelang vorher mit dieser Thematik auseinandergesetzt hätte. Das hat nur funktioniert, weil ich mich da ewig lange darauf vorbereitet habe und weil ich mir dann wirklich Zeit genommen habe. Ich war im Urlaub, ich habe mich nur mit mir beschäftigt und habe dann diese zwei Bücher gelesen und habe das intensiv gemacht und nachgespürt. Und ich war in dem Moment einfach bereit, das alles zu tun. Und ich wollte diese Gefühle fühlen. Und ich glaube, zu dem Punkt muss man erst mal kommen. Und das lässt sich, glaube ich, nicht einfach so mit einem Schnips machen. Und das habe ich dann in meinen Coachings auch gemerkt, dass wir Menschen einfach alle unterschiedlich sind, dass wir an verschiedenen Punkten stehen und dass meine Lösung nicht die Lösung für alle ist. Und das musste ich mir natürlich auch erst mal eingestehen, weil ich jetzt dachte, okay, ich habe irgendwie die Lösung gefunden. Und wenn ich jemandem helfen kann, den Weg dahin für sich selbst zu finden, also wie auch immer dieser Weg aussieht, dass es dann demjenigen helfen wird. Aber wir Menschen sind unterschiedlich. Und ich habe, also ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Und ich glaube, auch da draußen hat niemand anderes hundertprozentig irgendwie eine Ahnung. Nur weil ein Konzept für viele Menschen eventuell funktioniert, heißt es trotzdem nicht, dass damit jedem geholfen ist. Und es gibt einfach nicht das eine, was jedem hilft. Und daher habe ich mir überlegt, also zum einen arbeite ich mich gerade viel in so Selbsthilfeprogramme noch mit rein, die auch einige meiner Kunden machen, wo ich sie dann in dem Moment so ein bisschen begleite, weil ich die Konzepte einfach nochmal auf eine andere Art und Weise verstehe. Das sind so alle möglichen Bücher zum Beispiel, die es da gibt. Und ich glaube, da mache ich irgendwie in meiner Facebook-Gruppe, werde ich dann die Bücher alle, glaube ich, mal fotografieren und mal fragen, wer aus der Gruppe noch so Erfahrungen damit gemacht hat. Ja, ich glaube, das werde ich tun. Und also das zum einen, mich da reinzuarbeiten in die verschiedenen Konzepte. Und das Spannende ist, viele von denen haben Parallelen. Also bei vielen geht es auch um die innere Kindheilung. Und andere, da geht es aber auch genau um das Gegenteil, um das, wo ich immer gesagt habe, nein, das können wir nicht machen und das sollte eventuell anders sein. Und zwar solche Dinge wie eben diese Regeln beim Essen. Ich habe immer dafür plädiert, dass man sich am besten einfach keine Regeln setzen sollte, dass der Körper das quasi für sich selbst wieder herausfinden sollte. Und es gibt aber auch einfach Konzepte, die geben klare Regeln vor. Entweder Regeln, dass man sagt, okay, ich tracke momentan meine Kalorien, wie es ist, wenn ich Essanfälle habe, rechne die auf die Woche hoch und in der Woche esse ich dann so und so viele Kalorien. Und meine Kontrolle darüber ist jetzt, jede Woche ein wenig von meiner eigenen persönlichen Kalorienzahl runterzugehen. Das ist ein Konzept, was mir persönlich erstmal völlig widerstrebt. Aber es kann Personensicherheit verschaffen, nämlich die, die gerne diese Kontrolle haben möchten und denen kann es erstmal einen gewissen Rahmen geben, damit sie solche Programme überhaupt weitermachen, damit sie erstmal was in der Hand haben und da auch schon die ersten Erfolge einfach sehen können. Oder dass man dokumentiert, wie viele S-Attacken man zum Beispiel hat und die Zahl der S-Attacken quasi runterreguliert. Also auch über diese Programme, das lässt sich jetzt nicht so schnell erklären. Aber solche Möglichkeiten erstmal der Kontrolle beim Essen gibt es zum Beispiel auch. Und an sich habe ich persönlich ja immer das Ziel gehabt, dass ich kognitiv das mit dem Essen einfach nicht mehr kontrollieren möchte, dass ich frei sein will in meinem Essverhalten. Und das ist nach wie vor mein absolut persönlicher Wunsch. Und ich bin da ja auch momentan mit Hunger und Sättigung definitiv gelandet. Und ich weiß aber nicht, ob dieses Ziel für jeden von Anfang an schon direkt so erstrebenswert ist, weil es einfach auch ein sehr hochgestecktes Ziel ist. Also die Kontrolle beim Essen erstmal völlig abzugeben, obwohl man vorher irgendwie vielleicht stark kontrolliert hat, weil man irgendwelche strengen Diäten gemacht hat, ist einfach enorm schwierig. Oder was ist also in dem Moment, wo es gerade so um diese inneren Kindthemen geht oder sich reinfühlen in seine Gefühle, die man eigentlich nicht fühlen muss, also nicht fühlen will, weil man sie durch Essen verdrängt. Das ist auch sehr schwierig, sich da tatsächlich diese Schritte vorwärts zu gehen, weil es sind ja Schutzmechanismen. Unser Körper hat sich Strategien überlegt, wie er das umgehen kann, dass er diese Gefühle fühlt, weil wir uns ansonsten eben in dem Moment schlecht fühlen würden. Das heißt, das Essen ist ja ein Schutzverhalten und dem Körper das einfach wegzunehmen, ist nicht ganz so einfach und ich weiß auch nicht, ob es in jedem Falle zwingend notwendig ist erstmal. Und ich habe auch gemerkt, in der Phase, wo es mir jetzt einfach nicht so gut ging, kognitiv wusste ich, dass es mir hilft, mich in diese Gefühle reinzufühlen und hin und wieder habe ich das ja auch geschafft, aber das waren wirklich seltene Situationen. In den anderen Phasen war es mir nicht möglich, das zu tun, obwohl ich kognitiv wusste, dass es mir helfen würde. Das heißt, da hat was in mir blockiert. Und ich habe immerhin auch diese Erfahrung schon mal gemacht, dass es mir hilft und ich hatte eigentlich, wusste ich, dass ich da keine Angst vorhaben muss, weil ich die Erfahrung schon gemacht hatte. Und wenn jemand diese Erfahrung noch nie gemacht hat, woher soll er wissen, dass er da keine Angst, also dass es nicht schlimm wird, dass ihn das nicht zerreißen wird. Das kann man ja nicht wissen, wenn man es noch nie erfahren hat. Und deswegen hat der Körper ja auch erstmal diese Blockaden, weil der Körper nicht weiß, überlebt er das, wenn er diese Gefühle fühlen muss oder überlebt er es nicht. Er schützt sich durch diese Blockaden. Und das waren so Gründe, weshalb ich mir jetzt unter anderem, also zum einen schaue ich jetzt einfach in diese Bücher rein, in diese Konzepte und lasse mich von verschiedenen Konzepten inspirieren und versuche das eben, versuche Menschen auf ihrem eigenen Weg zu unterstützen, die für sich aus schon vielleicht bestimmte dieser Konzepte irgendwie ausprobieren möchten oder die mit irgendwas von den Konzepten einfach resonieren, die sich wiederfinden in bestimmten Aussagen oder in bestimmten Machenschaften, die sich vorstellen können, dass ihnen das helfen kann und versuche sie darin weiter zu begleiten und zu unterstützen. Und ich werde demnächst noch einige Fortbildungen machen. Also momentan mache ich ja sowieso den Heilpraktiker für Psychotherapie. Das ist auch sehr interessant. Und demnächst, jetzt im November, kommt noch das Sehnsucht- und Hungerseminar. Das wird auch, glaube ich, sehr spannend. Und dann kommt aber eine Ausbildung, die nennt sich Prozess- und Embodiment-fokussierte Psychologie. Und da geht es darum, dass man relativ, also in sehr kurzer Zeit zum einen die starken Gefühle herunterregulieren kann, beziehungsweise verarbeiten kann. Und dass man über Humor, also dass man diese, die bestimmten Sachen, die man bearbeiten möchte, die übertreibt man dann in die eine oder in die andere Richtung. Und es ist eine sehr, eine sehr amüsante Sitzung in dem Moment. Und dadurch kommt man aber an diese Blockaden. Weil in dem Moment, wo man das Ganze sehr locker macht und sehr beschwingt macht, da ist es dem Körper, da ist es okay erstmal für den Körper. Manchmal erkennt man ja seine eigenen Blockaden gar nicht. Manchmal erkennt man seine eigenen Themen gar nicht, die, die eigentlich der Knackpunkt sind. Und wenn man da mit Humor mal so ein bisschen drüber geht und so ein bisschen austestet, es geht wirklich mehr ums Austesten, dann fallen einem manchmal so die Schuppen von den Augen. und man erkennt dann so, wow, das hätte ich jetzt tatsächlich nicht gedacht. Aber exakt das ist es. Das ist das, was gerade bei mir im Körper wirklich Signale gegeben hat. Das ist mein Thema. Und dann kann man eben durch diese Techniken dieses Thema sehr schnell und effizient bearbeiten, dass es einfach kein Thema mehr ist. Und auch das zum einen funktioniert nicht bei allen und ist auch kein Wundermittel. Aber es ist, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Tool, mit dem man sehr gut ansetzen kann. Und das fand ich einfach so spannend, dass ich das jetzt definitiv mit aufnehmen werde und dadurch hoffentlich einigen oder vielen Menschen helfen kann. Ja, das erstmal als kleines Update von meiner Seite aus, was momentan so bei mir ansteht, was ich gerade so mache. Wenn ihr dazu Fragen habt, dann schreibt mir gerne. Schreibt mir gerne entweder in der Gruppe oder auch E-Mails sind da. Herzlich willkommen. Und ja, ich freue mich, mit euch mal wieder in Kontakt zu treten. Ich weiß noch nicht, wie regelmäßig jetzt Podcast-Folgen kommen werden, weil ich demnächst tatsächlich ja dann auch sehr viel einfach mit Fortbildungen beschäftigt bin. Wenn da bestimmte Themen sind, über die ich unbedingt irgendwie sprechen möchte, dann werde ich mich mit Sicherheit mal irgendwie zu Wort melden, zumindest zu kurzen Folgen. und ja, kann aber definitiv nichts versprechen und möchte da auch nichts mehr versprechen irgendwie in irgendeine Richtung. Es tut mir auch total leid, dass ich in der Gruppe erst die vierwöchige Videoserie zum emotionalen Essen gemacht habe und dann auch im Nachhinein gesagt habe, dass ich es bestimmt schaffen werde, wöchentlich ein kleines dieser Videos noch hinzuzufügen. Und das ist im Endeffekt einmal passiert und danach kam von mir einfach nichts mehr. Das tut mir immer noch leid, aber es war dann wirklich so auch dieser kreative Einbruch. Und deswegen möchte ich aber generell einfach jetzt nichts mehr versprechen. Ich hoffe, mit dem, was von mir noch kommt, erreiche ich den einen oder anderen und inspiriere vielleicht den einen oder anderen. Und ja, wünsche dir jetzt erstmal noch einen wunderschönen Tag. Ich werde jetzt direkt im Anschluss noch eine kurze Folge zum Thema Ausmisten nach Marie Kondo oder nach der Kon-Marie-Methode beziehungsweise Minimalismus machen, weil das auch so eine Phase war während des Umzugs und nach dem Umzug, die mir nochmal sehr, sehr geholfen hat, meinen Kopf irgendwie zu klären und aufzuräumen und damit es mir einfach besser ging. Und deswegen gibt es da jetzt noch so einen kleinen Ausreißer, weil mir das einfach so sehr gut getan hat. Aber ansonsten wünsche ich dir jetzt erstmal noch einen wunderschönen Tag. Mach's gut, deine Janina. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Och. Ti bra нев. Get Ist.